Hallo und herzlich willkommen an einem Sonntagmorgen, dem 12.01.2025. Schön, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Ja, nicht jeden Sonntag nehme ich ein Video auf, aber heute bin ich für euch parat, denn es wird ein sehr informatives Video. Und zwar werde ich euch hier gleich ein paar Interferogramme einfügen, und zwar in der Wash-Region. Wir haben ja jetzt aktuell die Dike-Bildung da unten von gut 30 Kilometern Länge und wir haben ja einen Rifting-Prozess, wodurch der Osten Afrikas gespalten wird und in ferner Zukunft irgendwann sogar wahrscheinlich ein neuer Kontinent entsteht. Und jetzt aktuell haben wir, ja, man kann schon recht aktive vulkanische Prozesse sagen in der Wash-Region und hier werden jetzt ein paar Interferogramme von mir eingefügt, und zwar um euch so einfach wie möglich zu erklären, wie groß und wie gewaltig diese Bodendeformation da unten in dem Gebiet einfach ist. Ja, ich fange auch direkt damit an. Ich füge euch jetzt einmal das erste Interferogramm ein. Dies ist ein älteres Interferogramm von Dezember, meine ich, ist das. So, und jetzt könnt ihr gleich, wir sehen jetzt hier schon auf diesem Interferogramm einen sehr intensiven Bodenhebungsbereich, das ist einmal dieser hier, direkt am Vulkandofen und hier kann man schon sehen in den geringen Abständen, in den geringen Farbabständen hier, könnt ihr erkennen, dass wir dort eine sehr starke Bodendeformation haben und je größer die Abstände werden bis hierhin, umso weniger Deformation hat man, bis es dann irgendwann auch wieder zu einem einfarbigen Bild kommt, ja, also da könnt ihr dann halt die Bodendeformation erkennen. Ihr könnt nur gerade jetzt hier aus diesem Interferogramm nicht genau ablesen, ob wir in diesen zwei gezeigten Bereichen hier, die zeichne ich euch jetzt einmal gerade ein, so, das sind einmal diese Bereiche hier und einmal dieser Bereich hier, rund um den Vulkan Fentale im Südwesten und das, ich denke mal, das könnt ihr jetzt gerade nicht so wirklich erkennen, aber wir haben hier ein satellitenunterstütztes Radarsystem, was hier anhand von Wellen funktioniert und es gibt hier unterschiedliche, ja, was heißt unterschiedlich, es gibt hier Zyklen, die dort angewendet werden und einen Farbbereich, eine Farblinie, die ihr hier erkennen könnt, hat ungefähr immer, ja, so einen Höhenunterschied von ungefähr 2,8 Zentimetern, auch von ungefähr, jetzt anders genannt, 28 Millimeter, weil hier werden nämlich auch auf den vulkanischen Seiten immer Millimeterangaben gemacht, so, aber ich habe mich jetzt auch auf meinen Infoseiten ein bisschen informiert, da wird halt auch 2,8 Zentimeter geschrieben, ja, und insgesamt haben wir hier in der Wash-Region direkt an dem Vulkan Doofen eine Bodenhebung aktuell von ungefähr 1,30 Meter, seit, ja, gut Dezember jetzt, ne, letzten Jahres, seit Dezember 2024 und das ist eine enorme Steigerung, so, und gleichzeitig heißt es auch, das blende ich jetzt einmal gerade hier wieder aus, und gleichzeitig heißt es auch, dass wir eine Deflation, also eine Bodensenkung im Bereich Fentale haben und das könnt ihr jetzt hier tatsächlich auf diesem Interferogramm nicht sehr gut erkennen, aber ich blende euch jetzt gleich eine andere Art von Interferogramm ein, was anhand einer Farbskala arbeitet und darauf könnt ihr den Bereich besonders gut erkennen, wo wir sehr wahrscheinlich eine Deflation haben und sehr wahrscheinlich, sehr, sehr wahrscheinlich sogar eine Inflation. So, ich blende das jetzt hier einmal aus, das Interferogramm, und blende euch dieses ein. Hier drauf könnt ihr jetzt erkennen, dass wir in dem roten Bereich, also hier direkt unter dem Vulkan Doofen, ne, da liegt jetzt direkt hier etwas nördlich davon, dass wir hier einen sehr intensiven Bodenhebungsbereich haben auf einer Länge, ne, weil das kann man ja hier erkennen, das ist ungefähr eine Länge von gut 30 Kilometern und wir haben hier eine Deikbildung, ja, eine Grabenbruchbildung, die sich dort gebildet hat und das Magma aus dem Untergrund schwindet tatsächlich direkt unter dem Vulkan Fentale und hier könnt ihr jetzt erkennen, wir haben hier einen dunkelblau gefärbten Bereich und dies zeigt jetzt diese deflationäre Phase unter dem Vulkan Fentale und von dort aus scheint jetzt die Quelle auszugehen, das heißt, wir haben hier Magma aus dem Untergrund, welches unter dem Vulkan Fentale schwindet und in diesen Deik hier reinläuft und wir haben jetzt hier Magma schon sehr dicht an der Erdoberfläche sitzen, welches das hydrothermale System, was hier auch sehr dicht unter der Erdoberfläche sitzt, ich habe euch dazu schon einmal ein Erklärvideo gemacht, wie das ungefähr im Untergrund aussieht, blende ich euch mal jetzt gerade ein und ihr könnt es unten auch in meiner Videobeschreibung einmal finden, würde ich euch sehr empfehlen und dort könnt ihr den Prozess ganz genau jetzt beobachten, das heißt, wir haben aus dem Untergrund von Fentale, also von ungefähr von diesem Standpunkt hier, steigt Magma auf, ja, läuft von hier aus in den Deik rein, wir haben kein Magma an der Erdoberfläche, kein Lava-Austritt, ja, so, und läuft dann hier in diesen Deik rein und befüllt dann hier den Untergrund und es kommt hier in diesem Bereich zu einer sehr starken Bodenhebung von mittlerweile, ja, jetzt dürften es schon über 1,30 Meter sein, wir haben tatsächlich in dem gesamten Gebiet der Awash-Region keine gute Überwachung, wir haben vereinzelnd ein paar Seismometer tatsächlich installiert, aber auch die Erdbebenangaben bei Volcano Discovery, wir haben zum Beispiel sehr viele Erdbebenmagnituden 4er und 5er Bereich, aber die werden jetzt alle auch ungefähr auf Tiefenangaben von 10 Kilometern festgesetzt, das bedeutet, wir haben hier keine genaue Tiefenangabe, die hier, ja, dokumentiert werden kann und dadurch kommen überall diese 10 Kilometer Tiefe zustande, also, das ist keine genaue Tiefenangabe, sondern einfach eine ungenaue Tiefenangabe, weil sie nicht genau lokalisiert werden kann, aus welcher Tiefe diese Erdbeben stammen. Wir haben hier jetzt in, ja, gut, also in den Bodenhebungsbereichen direkt im südlichen Teil vom Vulkandorfen, haben wir Magma sehr dicht unter der Erdoberfläche sitzen, vielleicht teilweise sogar schon unter einem Kilometer und das hydrothermale System, welches dort im Untergrund sitzt, wird hier extrem erhitzt, ja, also extrem erhitzt, aber in einem etwas langsameren Prozess, ja, so, dass es dann oben zu thermalen Ereignissen kommt, ja, wir haben jetzt hier eine, ja, thermal oder phreatische Eruption im oberen Bereich gehabt, das kann ich euch jetzt gerade auch nochmal hier einblenden, das war wirklich ein ungeheures Video, ja, mit was für einem unglaublichen Druck, das aus diesem vulkanischen System da unten, aus dieser Deikbildung da unten rausschießt, ja, wenn der Boden aufreißt und das ist wirklich ein abnormal großer Druck, der da entsteht. Wir wissen, ein Liter Wasser kann 1700 Liter Dampf erzeugen, aber eine phreatische Eruption kommt mehr zustande, wenn das ganze Ding da unten ganz plötzlich erhitzt wird, ja, sogar wenn Magma auch fast direkt auf Wasser trifft und es zu einer unglaublichen Hitzeentwicklung kommt und dann an der Erdoberfläche zu einer massiven Explosion kommt. Ich kann euch das jetzt gerade hier auch mal einblenden, ich habe hier eine Tabelle, ja, und hier steht ganz oben die Wärmequelle, wir haben hier hydrothermale Erwärmung bei Thermaleruptionen, bei phreatische Eruptionen haben wir direktes Magma oder heißes Gestein, bei ist Magma beteiligt, ist bei thermalen Eruptionen nein und bei phreatischen Eruptionen indirekt, nur als Wärmequelle. Dann haben wir den Materialausstoß, da haben wir hier hauptsächlich bei Thermaleruptionen Dampf, Gestein und Mineralien und bei phreatischen Eruptionen haben wir Dampf, Asche, Gestein und Gase. Also es gibt hier, die Eruptionen können relativ gleich aussehen, aber es gibt hier immer noch gewisse Unterschiede, die ich euch jetzt gerade hier aufsage. So, und die Explosivität bei einer Thermaleruption haben wir hier von gering bis moderat und bei phreatischen Eruptionen moderat bis hoch. Das heißt, die phreatischen Eruptionen können quasi das Ebenbild einer Thermaleruption zeigen, aber in einem viel intensiveren, ja, Muster, also richtig gewaltig halt, ja. So, und wir haben hier auch Beispiele, jetzt zum Beispiel bei den Thermaleruptionen sind hier häufig die Regionen von Geysieren, ja, also Geysierexplosionen betroffen, also da, wo Geysiere sich schon befinden und alles befinden und alles Mögliche. Und bei phreatischen Eruptionen haben wir hier die Vorphasen von magmatischen Eruptionen, ja. Das heißt, die Gefahr ist natürlich auch immer sehr hoch, dass bei einer phreatischen Eruption sich das ganze Ding so umändert, dass da draus auch eine phreatomagmatische Eruption werden kann. Das heißt, wir haben hier einen gewaltigen Lava-Austritt dann mit dabei, ja. Und wenn das ganze Ding dann sowieso schon so explosiv ist, dann sieht man hier gerade auch für die Awash-Region bei dieser intensiven Bodenhebung hier, ja, da bin ich mir noch nicht so hundertprozentig sicher, was dort in Zukunft passieren könnte. Es ist auf jeden Fall ein saumäßig interessantes Muster jetzt gerade und ich hoffe mal, dieses Interferogramm hier könnte euch jetzt mal so ein bisschen diese deflationären und inflationären Phasen mal ein bisschen genauer veranschaulichen. Wir haben jetzt auch heute schon, an diesem Tage, hatten wir zwei Erdbeben über Magnitude 4 gehabt. Wir hatten ein Erdbeben der Magnitude 4,4 angegeben in 10 Kilometern Tiefe und ein Erdbeben mit 4,8 in 10 Kilometern Tiefe. Also hier, das sind tatsächlich auch Erdbeben, die könnten auch gut nur in 5, 6 Kilometern Tiefe stattgefunden haben, aber durch diese ungenauen Messungen jetzt werden hier häufig immer diese 10 Kilometer Tiefe Angaben gemacht, ja. So, und so sieht das jetzt aktuell hier aus. Und wie sich das Ganze jetzt auch anhand der Rift-Bildung, die wir jetzt hier haben, ne, dadurch, dass Afrika jetzt hier im östlichen Teil auseinanderreißen kann, gehe ich sehr, sehr stark davon aus, dass wir jetzt hier die Deikbildung, die wir aktuell auf einer Länge von gut 30 Kilometern haben, ja, das blende ich euch jetzt gerade einmal hier ein, Wir haben auch ungefähr, ne, also südwestlich hier vom Vulkandorfen und genau nordöstlich vom Vulkan Fentale, genau dazwischenliegend hier, wo diese starke inflationäre Phase sich befindet, ja, also die Bodenhebung von 1,30 Meter, dass sich hier auch der Deik gebildet hat, ja, woraus jetzt in Zukunft sehr viel resultieren kann. Es kann zu einer Phreatomagmatischen Eruption kommen, da, da lege ich auch nicht meine Hand für ins Feuer, dass, ähm, das jetzt nicht passieren könnte, also das, ich bin mir da schon sehr sicher, dass wir da jetzt also vulkanische Phasen erleben werden, wo es auch, ja, wo auch Magma mit im Spiel ist, dass Lava oben austritt und ich weiß halt nur wirklich nicht, wie intensiv das werden kann. Ich lege aber auf jeden Fall nicht meine Hand dafür ins Feuer, ähm, dass ich jetzt hier sagen könnte, und das könnte keine supermassive explosive Phase jetzt werden, aber ich, ähm, bin da schon sehr sicher, dass es explosiv werden kann, richtig explosiv. Und das kann man allein auch zwischen dem Zusammenspiel zwischen dem aufsteigenden Magma, welches sich jetzt hier schon wahrscheinlich in geringen Tiefen befindet, ja, und dann die Dichte direkt zum hydrothermalen System. Magma und Wasser verträgt sich einfach nicht. Das kann super explosiv werden, wirklich so explosiv, dass es dann an der Erdoberfläche zu einer gewaltigen, phreatischen Eruption kommen kann. Was man hier auf keinen Fall machen darf, ist dieses Gebiet direkt mit den phlegräischen Feldern zu vergleichen. Wir haben hier ganz andere Prozesse, wir haben ganz andere magmatische Zusammensetzungen, also ganz andere chemische Prozesse. Und das hat auf keinen Fall, liebe Leute da draußen, ja, vergleicht dieses vulkanische Gebiet hier, ja, was auf keinen Fall mit den phlegräischen Feldern, wir haben dort ganz andere Prozesse. Wir haben Magma in unterschiedlichen Tiefensitzen. Wir haben ein ganz anderes aufgebautes vulkanisches System, ja, aber es kann dennoch, ja, das ist das Einzige, wo ich sage, okay, kann man ein wenig vergleichen, aber davon rede ich schon von der Zukunft. Das heißt, wenn es hier nämlich zu einer phreatischen Eruption kommt, könnte diese ähnlich gewaltig ausfallen, wie ich vermute im Bereich der Solfatara. Ne, das schließe ich auf keinen Fall aus. Aber die vulkanischen Systeme darf man auf keinen Fall hier miteinander vergleichen. Allein schon von diesen chemischen Zusammensetzungen des Magmas im Untergrund und alles Mögliche. Ja, also seid da bitte immer ganz vorsichtig und falls ihr das auch mal von einem YouTube-Partner oder sowas in einem Video hört, sprecht ihn freundlich drauf an, weist ihn drauf hin und dann gibt es da auch in Zukunft keine Probleme. Ihr dürft auch gerne dazu unsere Facebook-Gruppen besuchen, ihr dürft auch gerne Videos posten, ey, guck mal, was der da gesagt hat und bla bla bla. Ihr dürft auch gerne Diskussionen starten, aber solange sie auf einem vernünftigen Niveau getätigt werden, ohne Beleidigungen, ohne sonst irgendwas, immer sehr, 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 sehr wichtig. Und das möchte ich auch unter meinen Videos. So, jetzt hoffe ich mal, dass ich euch anhand dieser Interferogramme hier ein genaues Bild der Region mal, ja, einfach mal darstellen konnte, wie das Ganze sich so verhält. Ich hatte jetzt auch noch ein anderes Interferogramm. Entschuldigung, blende ich jetzt auch noch einmal gerade dazu ein. Wir hatten jetzt hier, genau, das ist das ältere Interferogramm, sehr wahrscheinlich von Dezember. Wir haben keine genauen Zeitangaben dazu tatsächlich gefunden. Und wir haben hier das aktuellste von Januar. Also man sieht hier schon einen enormen deflationären und inflationären Unterschied anhand dieser Zyklen, die hier auch abgebildet werden. Ihr müsst euch mal alleine hier oben dieses Muster angucken. Wir haben jetzt hier das aktuellste von Januar, sehr, sehr wahrscheinlich. Und dann von Dezember. Ja, so, das ist jetzt nur hier oben leider etwas abgeschnitten. Aber dieser Unterschied ist wirklich sehr, sehr gewaltig, ja, wodurch dieser, ja, gerade der inflationäre Teil, da wo der Boden sich so extrem hebt, jetzt auf die über 1,30 Meter, die wir jetzt dort sehr wahrscheinlich schon haben, wie das hier, dieser Unterschied einfach ist. Das ist gewaltig. Und das auch innerhalb dieser nur wenigen Wochen, ja, dass sich der Boden so massiv hebt. Ja, wir haben bei den pflegeräischen Feldern ungefähr 10 Millimeter pro Monat. Und jetzt ist hier innerhalb von zwei bis drei Wochen diese zwei unterschiedlichen Bilder entstanden. Ja, und wir reden hier von in diesem Zeitraum von über einen Meter Bodenhebung. Ja, und jetzt mittlerweile von gut 1,30 Meter insgesamt. Das ist wirklich schon nicht von schlechten Eltern. Das ist wirklich schon gewaltig. Also, daran kann man auch schon wirklich festhalten, dass die Bodenhebung bei den pflegeräischen Feldern, auch wenn man diese vulkanischen Systeme nicht miteinander vergleichen kann, aber dass es auch noch andere Gebiete weltweit gibt, wo wir eine intensivere Bodenhebung haben. Und die Menschen rasten ja jetzt schon bei diesen 10 Millimeter pro Monat bei den pflegeräischen Feldern aus. Ja, so, aber dennoch muss man das hier immer unterscheiden. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr mein Video bis hierhin geschaut habt. Ihr dürft mich gerne, wenn ihr mich und meine Arbeit mit dem Vulkan noch nicht kennt, gerne für euch kostenlos abonnieren. Ihr dürft mir auch gerne eine kostenpflichtige Kanalmitgliedschaft abschließen. Ich habe dort drei Stufen erstellt, von 99 Cent rauf bis 4,99 Euro. Das überlasse ich komplett euch, inwiefern ihr mich da unterstützen wollt. Kriegt auch ein paar gesonderte Vorteile, Emojis und alles Mögliche. Und ein paar hervorgehobene Kommentare und Erwähnungen in Videos. Und ja, ihr dürft auch gerne die Kanäle meiner Partner abonnieren. Einmal den lieben Sven von Vulkantastisch, den lieben Patrick von Apokalyptics Science und den lieben Mark Seglatt von Vulkane.net. YouTube ist da nicht so aktiv, aber auf seiner Seite Vulkane.net, wo ihr auch sehr viel zu diesen Ereignissen lesen könnt. Täglich werdet ihr dort auf dem aktuellsten Stand gehalten zu sämtlichen Naturphänomenen. Nicht nur Vulkanausbrüche, Erdbeben, Naturkatastrophen, wie jetzt leider auch aktuell in Kalifornien. Ja, wenn man sich die Bilder von diesen Waldbränden da anguckt, oi, 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 oi. Und die ganzen Stars, die dort jetzt ihre Häuser verlieren. Das ist echt ein Antrieb des Horrors. Ich kann euch gerne mal unten in der Videobeschreibung ein Video dazu verlinken. Könnt ihr euch gerne mal den aktuellsten Bericht so anschauen. Das ist wirklich der blanke Horror. Und jetzt verabschiede ich mich auch aus diesem Video. Ich bedanke mich, dass ihr das Video bis hierhin geschaut habt. Macht es gut. Euer Patrick von Lido-Produktion. Auf Wiedersehen.